... Qual ist die Unterschiede zwischen den anderen Ländern? Die anderen Ländern, wie die Deutschland, aber auch die USA haben, die sehr wichtig sind. Denn wenn du eine Aktivität schlussst, oder entscheidest du für mehr als ein Jahr, ist klar, dass du sie stärker hast. Alla fine del 2017, abbiamo presentato l'ultimo dei nati, che è il Grand Prix 333, che attualmente è il pianoforte più lungo al mondo da concerto. ... Untertitelung des ZDF, 2020